TikTok hat inzwischen satte 1 Milliarden aktive User. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr diese Social Media Plattform für Recruiting Zwecke nutzen könnt. Willkommen bei HR Kompakt. Die Social Media Plattform TikTok boomt. Alleine in Deutschland sind inzwischen 20 Millionen aktive User auf der Plattform unterwegs, darunter besonders junge Leute. In Zeiten des Fachkräftemangels sollten Unternehmen also auch solche populären Channels mit berücksichtigen, wenn es um Recruiting Maßnahmen geht. TikTok ist besonders bei Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren beliebt. Das bedeutet, ihr könnt die Plattform perfekt nutzen, um zum Beispiel Auszubildende auf euer Unternehmen aufmerksam zu machen oder neue Werkstudenten anzuziehen. Auf TikTok könnt ihr kurze Videos hochladen. Zum Beispiel könnt ihr Einblicke zeigen hinter die Kulissen eures Unternehmens oder auch bei TikTok Challenges mitmachen. Der Kreativität sind ja erstmal keine Grenzen gesetzt, aber achtet darauf, euch oder euren Content an den Thron of Voice der Plattform anzupassen und nicht zu seriös, aber auch nicht zu lächerlich zu wirken. Passende Hashtags, wie zum Beispiel Hashtag LoveMyJob, können dabei helfen, noch mehr Reichweite zu generieren und auf TikTok gesehen zu werden. Beim Recruiting auf TikTok geht es vor allem um das Employer Branding. Denkt also daran, dass alles, was ihr postet, immer euer Unternehmensimage widerspiegelt. Der Content darf ruhig lustig sein, klar, aber sollte nicht zu albern wirken. Und wie so oft, auch auf TikTok gilt das Thema Datenschutz. Also achtet darauf, keine Informationen preiszugeben, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Jetzt wisst ihr, warum und wie ihr TikTok als Recruiting-Kanal einsetzen könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst nicht, uns ein Like da zu lassen. Und für mehr Tipps rund um HR und Recruiting abonniert gerne diesen Kanal.